So, neuer Tag, neues Glück, rumpeldipumpel dich mal aus dem Haus raus, mein Guder, denn wir haben einiges zu tun. Ed sieht momentan ziemlich, ziemlich grün hier aus, aber da geht noch was. Und zwar waren wir gerade die, äh, wie, was haben wir nochmal erforscht hier? Wie kommen wir da hin? Slippery Lake, genau, dort haben wir nochmal ein bisschen was zum Erforschen gefunden. Und ich würde sagen, wir machen uns da jetzt einfach mal auf ein Weg hin und rodeln mal so weit wie wir können. Juhu, wir können auch unterwegs vielleicht ein, zwei Tierchen mahlen, aber irgendwie, äh, habe ich da die Hoffnung aufgegeben, dass ich irgendwann mal langsam genug durch die Welten gehe, damit ich alle Tiere finde. Die hauen immer alle vor mir ab, zu schnell. Äh, ich meine, kann ich auch verstehen. Aber naja. So, Branchwood sind wir mittlerweile. Wir kommen hier echt relativ fix mit dem Schlitten durch. Dann fliegen wir einfach mal weiter durch die Prärie hier an der Hollows. Frozen Falls. Frozen Falls war noch nicht das Richtige, ne? Oder? Wo, wo genau sind wir? Genau, hier unten. Okay, dann gehen wir mal, nochmal ein weiter. Okay, da kann ich leider nicht mit meinem Schlitten weitergehen. Laufe ich halt am Boden lang hier. Juhu. Juhu. Aber das mit den Schneemännern letzte Folge. Ach, also ich nehme die direkt hier nach der anderen Folge auf. Huch. Ach, wir kommen jetzt hier zur... Ach, wir kommen jetzt hier ganz woanders hin. Äh, ja gut, das ist... Ja, okay. Wir sind jetzt hier in diesen, in diesen Höhlen hier. Na gut. Okay, dann gehe ich halt hier hin. Dann sind wir jetzt, äh, hier in diesem Cave. Da haben wir auch schon alles eingesammelt. Ist aber gar nicht so wild. Dann können wir jetzt ganz entspannt mal diese Fahrt hier antreten. Und, äh, wenn wir dann gleich auf der anderen Seite sind, dann gehen wir durch die Elfen City, glaube ich. Also durch die Elfenstadt. Und dort können wir dann mit unserer kleinen Bohrmaschine die letzte Schneeflocke, die wir ja damals verpasst haben, weil ich mit der Steuerung nicht klarkam, können wir uns ja dort schnabulieren. Und dann gucken wir mal, was, äh, wo es weitergeht. Wir sind ja, wir haben ja oben, haben wir schon eine kleine Schneemannstadt gefunden. Dort haben wir aber auch noch nicht alles eingesammelt. Da wurden wir auch schon mal zurückgerufen, meine ich. Und dort sind wir auch noch nicht weitergegangen. Das heißt, genau das ist jetzt quasi der Plan. Äh, dann steige ich mal hier aus hier. Komm, komm. Nein, jetzt sitze ich hier im Schlitten drin. So, einmal weiter geht's. Ja, Elfen City hier, da kann ich auch lieber laufen. Da könnte ich auch mit meinem Schlitten fahren. Wuhu. Hallihallöchen. Sack dich. Ist ja schon drollig. Ich finde es ja auch süß, wie Marvin dann immer am Ende eines Tages von den Abenteuern träumt, die er so erlebt hat. Also wenn wir jetzt hier durch die Elfenstadt gegangen sind und sowas oder irgendwie den Drachen das erste Mal gesehen haben, dann träumt der auch davon. Ist total drollig. Juhu. Okay, dann kommen wir jetzt hier zum kleinen Bohrmaschinen-Spielchen. Da ist es. Genau, das müssen wir leider noch einmal machen. Sonst könnten wir auch außenrum gehen. Also nicht durch die Elfenstadt. Und zack. Äh, so. Und ich muss diese eine Flocke, die hat hier, die hat mir gefehlt. Jawohl. Okay. Und jetzt müssen wir uns hier noch einmal durchboxen. Denn umdrehen kann ich leider nicht. Ich kann auch nirgendwo anders hin. Ich kann hier gar nicht weiter runter gehen. Der lässt mich nur die geradlinige Strecke hier lang fahren. Woanders darf ich gar nicht hin. Geht ja auch putzig, wie das Ding gezeichnet ist. Das ist schon süß irgendwie. Yay. Zerstörung. Juhu. Und ich frage mich ja auch, ob das hier, was hier gerade passiert, wirklich das ist, was hier passiert. Yes. Oder ob der Typ einfach nur eine Fantasie hat und irgendwo, ich hätte gerade fast besoffen im Schneelicht, äh, irgendwie einfach so im Schneelicht und da eine Runde pennt oder so. Und der ist einfach nur träumt oder einfach nur so, ähm, so mit seinen kleinen Elfenfigürchen im Schnee spielt. Der gute Marvin. Oder ob das hier wirklich eine magieverseuchte, magieverseuchte, magieverseuchte klingt so negativ, eine, äh, magiebestückte Gegend ist. Aber das werden wir wohl nicht rauffinden. Oh, da ist schon wieder so ein kleines Helmchen. All right, yippie, hey. So, da sind wir durchgekommen. Evergreen Hill, genau. Und damit hätten wir jetzt auch hier bei den Drill Machine genau alles eingesammelt. Oh, da müssen wir hier noch alles einsammeln. Letztes Mal sind wir rechts rumgegangen. Und jetzt gehen wir mal links hoch. Denn dort waren wir ja noch gar nicht. Und wie wir sehen, sind hier auch noch ein paar Schneeflöckchen. Hopp. Oh, ein Tierchen. Ich wollte dich malen, aber irgendwie hat das Spiel das nicht wahrgenommen. Och, Manu. Oh, sie sind da unten. Aha, auch noch Schneeflocken. Hier kommen wir anscheinend auch rum. Wo landen wir denn jetzt hier? Ist hier rechts noch irgendwas? Nö. Wo kommen wir dann jetzt hier raus? Ah, drafty, äh, drafty Flats. Okay, ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Äh, wo sind wir? Ach, hier. Hier haben wir null. Okay, dann müssen wir ja hier noch nicht hin. Dann würde ich sagen, wir sammeln erstmal alles beim Evergreen Hill ein. Bevor wir zum drafty Flats gehen. Da müssen wir ja dann noch lange nicht hin. Kommen wir da überhaupt hoch? Aber locker, flockig. Ah, da ist es wieder. Kann es aber nicht malen. Ich kann drauf treten. Aber ich darf es nicht malen. Wo kommen wir hier? Ach, hier sind wir ja reingegangen. Okay, gut. Dann gehen wir mal weiter nach oben. Denn dort oben sehe ich schon wieder ein Flöckchen. Und ich sehe hier kein weiteres Flöckchen mehr. Hallöchen. Juppa. Oh mein Gott. Kommst du hoch hinaus? Du brauchst eine Atemmaske, wenn du noch höher gehst. Ah, hier bräuchten wir unseren lieben Tunnel-Zwerch. Äh, Zwerch, äh, Tunnel-Elf. Drei. Zwei. Oh, okay, gut. Eins. Oh. Das hat nicht funktioniert. Ah, wir haben aber anscheinend sind wir bei unserem Elfen hier vorbeigekommen. Oh, hier komme ich leider nicht hoch. Oh, Mann. Ach, nö. Schade. Muss ich jetzt hier wohl außen rum gehen? Warte, sind wir jetzt auf der rechten Seite wieder? Ja, ne? Wenn hier die ganzen Dinger sind. Oh, hier waren wir auch noch nicht. Wenn hier die ganzen Luftpassagen sind, dann sind wir hier wieder auf der Seite. Dann hatten wir doch noch nicht alles eingesammelt anscheinend. Kommen wir zu diesen Luftpassagen. Oh, hier haben wir echt noch einiges. Tada. Ach, wir sind hier von oben rausgekommen. Interessant. Wie viel fehlen uns denn jetzt hier noch? Eine einzige Flocke fehlt uns noch. Das ist doch nicht dein Ernst. Das war also... Ach komm. Ein Flöckchen. Das Finn war ja wohl auch noch, oder? Pass auf. Gehen mal hier. Ich hoffe einfach, dass Muddern mal ruhig bleibt. Und mich nicht nach Hause ruft. Letzte Folge war ja nur schon echt sehr sportlich kurz. So. Und dann gucke ich mal, ob ich hier vielleicht irgendwo einen übersehen habe. Vielleicht können wir uns jetzt hier auch mal zu Fuß unseren Elfen abholen. Na, ist hier irgendwo noch ein Flöckchen? Vielleicht hier oben irgendwo? Nee. Eins. Ah, guck mal, da ist er. Und jetzt springen wir mal hier drüber. Und da ist er. Jawohl. Perfekt. Dann müssen wir ja auch gar nicht weitergehen. Dann würde ich sagen, wir nehmen wir unseren Zwerchchen mit. Und unseren Zwerch... Mein Elf heißt er. Elf. Komm mit, Kollege. Ja, komm. An der Arbeit. Los. Jawohl. Wuhu. Aber der kann auch so ein bisschen... ein bisschen fliegen. Wo bist du hin? Ist der jetzt wieder zurück? Ach komm. Ach, Zwerch. Jetzt mach's mir doch nicht so schwer. Ja, okay. Let's go. Okay, ich versuche jetzt mal ein bisschen auf dich zu warten, boing. Ja, der fliegt auch so ein bisschen. Das ist voll drollig. Guck mal, der macht auch so eine kleine Pirouette. Na los. Na los. Komm, ich brauch dich. Du musst mir den Weg freibuddeln. Nein. Ach, bitte auch mal noch was. Ich komme. Nein. Oh. Ja, ich bin bereit. Ich bin bereit. Weißt du, ich finde es in der Nacht. Weißt du, ich weiß, wenn ich bin, ich bin ewig und auch im Netz. Weißt du, ich finde es in der Nacht. Weißt du, ich finde es in der Nacht. Weißt du, ich finde es in der Nacht. Ich finde es in der Nacht. Ich finde es in der Nacht.